Hallo und Willkommen wieder bei ApeTube mit dabei mit meinem Freund Kahn und ich mit dem Handy meiner Mutter. Und jetzt... Bremen. Also jetzt dringend die zweite Folge von Minecraft Survival. Ja. Und... Naja, mein Freund Kahn ist öfters gestorben als sonst. Ich bin nach Hause gegangen, da ich mein... Da ich das Handy von meiner Mutter holen musste. Und dann... Ja, bin ich wiederbekommen gegangen. Dann war noch mein D-Pad zu groß. Denn größer als der Bildschirm. Das hätte man einfach nur sehen müssen. Ich mache mir jetzt einen neuen Bogen für meine Mutter. Ah, du hast ja den Bogen eingesetzt, oder? Ja. Ich bin dann hier mit dem... Weiß einer von euch vielleicht, wieso... Also wie lange man... Wenn man zum Beispiel getötet wird und die Sachen ja... Wie heißt es ihr? Wenn die Sachen gebrockt werden, wie lange sie denn da bleiben? Manche... Mein Freund Cedric hat gesagt, so 15, 20 Minuten. Und naja... Keine Ahnung. Und ich... Und ich... Und ich... Ich bin raus. Ja? Nein. Ja, jetzt bin ich rausgeflogen. Hä? Warum bist du rausgeflogen? Ja. Ja. Ich glaube, meine Mutter wird es ja. Hoch, 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 hoch. Ich wollte, dass man im Pocket in der Kamera keine Goldäpfel machen kann. Ja. Kannst... Würdest du die... Äh... Kannst du die Farbe bekommen? Ja, was so? Scheiss... Schöp... So... Ich muss hier erstmal rauskommen. Kannst du mir eine Steinspitzhacke mitbringen? Ups... Warte, ich bin cool. Ich will grad Steine holen. Äh... Wir sind hier in einer Höhe. Hier sind Troselsteine. Und... Ach so... Ach so... Dann brech ich mal auf. Das ist dein Haus direkt nicht mehr drin. Nein. Ich hab das Haus gebaut und dann die Rune. Also... Hast du irgendwie schon auf das gebaut? Nein, ein Creeper ist explodiert. Und dann... Kennst du ja die Geschichte. Das war auch unser Nachbar. Ey, und ich sitze hier jetzt auf dem Boden. Ah, so ein Kremsel? Nee, will ich nicht. Nee, noch nicht. Oh, hast du ja gerade gesagt. Ich habe hier so viel Eisen, aber ich kann es nicht sammeln. Abo, ich brauche deine Hilfe. Ich habe noch ein Herzen hier für ein Skelett. Ich habe noch ein bisschen zu Hause. Ich habe noch ein bisschen zu Hause. Alter, es muss mein Arm... wofür ist eigentlich lapis lazuli nur um zu färben schaffe zu färben oder wofür noch ich brauche was zu essen ich habe ein Wasser waket wir können hoch trafingtape gibt es hier unten hier unten ist 1000 eisen hilf mir doch ich habe es geschafft hoch 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 ich habe Angst was für schlechte Idee für wen ich und du scheiße oh shit danke dich schon getötet in einem Geld wo bist du in in welches Loch bist du reingegangen da wo ich reingegang da wo ich von meine wie bist du runter gekommen runter gekommen ja helf mir mal ich bin hier und ich kann das nicht abholen ich bin so dumm 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 ich bin so dummit wie es ist Ich hab mich einfach erbordet. Ok, wo bist du? Ich komm zu dir. Wir sind wieder bei 7 Minuten schon. Geht voll schnell vorbei. Hallo. Ich hab einen. Hast du einen Coffey Table? Ich hab einen. Würdest du mir eine geben? Ich hab noch extra 2 Minuten. Brennt hier unter. Ey hier brennt uns. Aber ist das auch nicht so, ne? Das ist so. Hey komm du mit mir. Hey komm du mit mir. Hallo, ich spreche Eis mit der Mappel. Ja ok, ich komm mit dir. Nein, nein, nein. Kommst du? Ja. Ähm, ja. Was ist das? Was ist das? Ähm. Echt? Ich kann nicht mehr machen. Alter Junge. Hier ist Eisen. Hier ist Eisen. Na und hier ist Eisen. Hörst mich abauen. Hey ich schaff das auch. Wir teilen uns alles auf ok? Wir teilen uns alles auf ok? Hilfst du mir oder was? Ja wo bist du? Hörst du? Ja dann kannst du mir auch helfen. Ja. Du hast uns einfach gefallen. Du bist geschlagen. Ich hatte Tobi auch geschlagen. Schaff deine Sachen. Schaff deine Sachen. Ich hab die angezündet. Jetzt werfe ich den Creeper. Also schlafe ich den Creeper. Ich hab die Schaff Glocke. Schaff die Aufmerksamkeit. rocket app, Schaff die Abente. Joach. Ge livroetbare auf. Keine pat Hin, Das ist ein Ste escaping das von Monat. Das Eisen habe ich okay? Ja? Warte, bau nicht ab. Unter mir ist Lava. Warte, ich will nicht schlafen. Eine selten, schlimme, dumme Idee. Und hier ist eine Sprung. Warum ist hier ein Schaf? Bist du auch in Lava gefallen? Nein, ich wollte die Lava wegmachen. Dann ist die Apfel weg. Das ist eine Spinne. Ich weiß, das ist eine Spinne. Da bin ich auch weggerannt. Mein Pferd hat mich in Lava geschossen. Also... Ja... Ja, töte es und ich töte hier die Spinne. Hallo. Hallo. Hahahaha. Hahahaha. Oh. Komm gar nicht so hoch. Ich sterbe. also ja in dieser wo ist das gelett? ey warum hast du die Lava hier gemacht? du hast meine Höhle ich? ihr seid so widerscht hast du Blöcke? nein ich hab gar nichts ich versuch nicht meine Sachen wieder zu kriegen ich glaub das geht da brennt ein Pfeil ok ich schubste schlafen das war ich nicht ich wollte dich schlagen damit du runterfällst nicht einfach so du hast die Erde hol Erde dann mach dann ich will 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 okay fail also diese Survival ist echt ja ich hab überlebt achso oder ich hä ich mach mir jetzt ich hab mir den Weg freigemacht und bin unter ja hast du Spitzhacke du hast uns gelett gerade Lava gegangen hast du warte oder gib mir mal einen Block bitte ich brauch dich noch so ja danke dass du mich auch dass du mir auch hoch hilfst wie egoistisch er ist ja jetzt mach doch noch stellen über mich hä ne nervt mich also ja seht ihr was für einen Partner ich habe richtig arrogant auch ich freut mich ah verrückt man ich wollte sich doch retten aber egal ich jetzt musst du mich nicht mehr retten ich kann mich selbst retten gar nicht gar nicht gar nicht gar nicht ich hab doch einen Block dahin gemacht ja ja guck mal wir haben hier nicht zuhört nennt man sowas Teamarbeit also ich schlaube nicht ich schlaube nicht ich schlaube nicht es sind so viele Ärzte aber ich kenne untergrund des Doppel das Gold und dann auch schon also ich bin hochgekommen und schon wurde ich von die Schraube getötet schade also als ich den Inventail gesehen habe nachdem du gestern bist habe ich habe ich voll viele Sachen gesehen hast du auch mal die ganze Küste geprugert oder was wir sind bei 15 Minuten oha ok und wir sehen uns in der nächsten Folge vor einem YouTube tschüss